Guten Morgen, Hurricane 2015 am Samstag. Hallo. Wir sind auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe jetzt gerade schon wieder Angst, dass ich hier ein Kaninchen aufdrehe. Oh nein. Wir haben nämlich direkt neben unserer Fahrradtür ein riesiges Kaninchenloch und wir wetten immer noch darauf, dass Marie nach Hause kommt. Das wäre so schön. Aber bisher ist ja alles gut gegangen. Gestern Abend kam noch ordentlich was an Regen herunter. Ich würde sagen, für den heutigen Tag nehmen wir uns vor, auch jetzt ist uns das noch egal. Genau. Es ist uns egal, dass es kalt ist, dass es nass ist, weil es ist Hurricane und Hurricane ist geil. Ja, apropos geil. Gestern Abend wollte ich eigentlich, nachdem es wirklich richtig angefangen hat zu gallern, an der Red Stage vorbei zu unserem Campingplatz gehen. Dann hat Mellin Colin sich aber überlegt, nochmal No Cigar zu spielen. Bin dann stehen geblieben, war dann komplett nass. Dann hören die auf. Was fängt an? Plasebo. Running up that hill. In der Pause schon gelaufen. Da war der Regen dann auch wieder komplett egal. Genau. Wir haben ein wunderschönes Interview mit der lieben Dani gemacht. Richtig. Und gleich haben wir ein Interview mit Adam Angst gekauft. Das muss ich noch vorbereiten. Stimmt. Ja, und bis dahin wünsche ich mir jetzt erstmal viel Spaß beim Zugucken. Und vielleicht legen wir ein paar schöne Farbfilter hier drüber, damit es ein bisschen sonniger aussieht. Ja. Adieu. Ciao. Ciao. Ciao.